So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich bin's mit der Euroboom36 und wir machen nun hier spannend weiter. Wir versuchen so ein bisschen diese Sachen hier zu sammeln, aber ich hab schon festgestellt, es wird nicht einfach. Das alte Gefäß, das wird kein Problem sein. Hä? Wo ist das? Unter mir? Ich schiss mich nicht. Daraus werde ich später einen Trank holen. Ja, ja, greift mal. Ah, toll. Das ist alles andere als Schrott. Ich bin doch hier beim alten Gefäß. So gräst du denn nicht? So. So. Und immer schön leise. Und immer schön leise. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich versteh das nicht. Was soll das gar alte Gefäß hier sein? Das war's für heute. 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 Läufer? Das war's für heute. Das war's für heute. So, meine Güte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich wollte doch ins Läuferarsenal. Und wo sind wir? Alle ausgestorben, oder was? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da ist einer. Okay. 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 Ähm... Ja, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Was? Das war's für heute. Wie geht's? Dann ist eine Frage. Also, nachher. Und dann ist das für heute. Ich bin... Für heute. Dann bin ich... Ich bin... ...und collector. ...und entiehlt. Was ist das? Das neue Maschine. Feuerbällrücken. Was soll das sein? Feuerbällrücken. Okay. Angeschwollen von seiner flüssigen Ladung, spürt er diesen beim Angriff auf Gegner, um sie einzuhüllen. Harte Ausländer, die die Symptome, Muskeln und Betriebssysteme schützt. Schwäche, Eis, Stärke, Feuer. Ladevorratsbehälter, Treff von Elementarmissionen auf Elementarbehälter, lösen eine Infusion aus, die alles in der Nähe beschädigt. Schließe auch dieses Bauteil ab, um die enthaltenen Rohstoffe zu sammeln. Feuer, keine Abriss. Frachtbeutel. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert den Elementarangriff und löst eine Elementarexplosion aus. Die alles in diesem Bereich schwächt. Schwäche, alle, Stärke, keine, schlummt. Diese Zerstörung dieses Bauteils, sie aktiviert Feuerangriffe und löst eine stärkere Explosion aus, die alles in diesem Bereich in Brand setzt. Schwäche, alle, Stärke, keine. Lohelmetalscher, Maschinenkern, leuchtendes Geflecht, Bellrückenlinse, Bellrückenherz. Das heißt, ich habe schon den neuen Gegner. Du bist da. 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 Ahhhh! Vielleicht noch ein drittes erledigt? Waren es nur zwei. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Man kommt hier absolut nirgendwo hoch. Das ist echt so... Das muss halt da oben irgendwo sein. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Endlich ist der Regen weg. Meine Güte, ging der mir auf den Nerv. Oh man, okay. 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 Die funktionieren. Okay. 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 Warte mal, da ist was. Und jetzt? Och, Mann. Altes schwarzes Armband. Und jetzt? Oh Gott! Okay, Moment. Wir überziehen jetzt noch, bis ich oben bin. Ist mir scheißegal jetzt, wie groß denn das Video wird. So. Muss ich gucken, wohin, wie lang. So, hier ist noch ein Panorama. Auf Panorama zählt zugreifen. Trophäe erhalten. Erstes Panorama gefunden. Hm. Was soll ich jetzt hier machen? Ja. 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 Aha. Okay. Das war alles. Ich hab's gefunden. Yay! Oh Mann. Mann. Hat ewig gedauert. Wird ewig gedauert. Gib mir noch ein altes Gefäß, bevor ich speichern gehe. Naja. Naja, da muss ich sogar hin. Abseilen! Das Panorama hat echt ewig gedauert, bis ich das gefunden hab. So. Ähm. Na? Kommst du? Ja. Braff. Braff, braff. So. Na? Kommst du? Ja. Braff. Oh, im Wasser willst du einfach nicht schneller laufen, oder was? Äh. Okay. Warte. Moment. Schön leise jetzt. Bist du leise? Ich will keinen Fisch angreifen. Die Bahn hat von einem Banditenlager gesprochen. In einer Metallurine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Ach Mann, ich wollte gar nicht das Lager angreifen. Ich muss ein alter Gefäß haben. Ich muss ein alter Gefäß haben. Alles gut. Oh Mann. Nein. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Äh. Ja. Ist hier das alte Gefäß? Ne, das ist hier. Genau in der Nähe ist Banditenlager. Ein Moment. Direkt nach dem Regen. Ich weiß nicht, das muss hier irgendwo sein, oder was? Ich sehe es schon wieder nicht. Oh, dieser Regen. Der nervt. Oh, dieser Regen. Was ist das? Aha. Ich empfände mich immer mehr von dem alten Gefäß. Das gibt es sonst nicht. Okay. Ich empfände mich immer mehr von dem alten Gefäß. Das muss echt bei den Banditen sein. Okay. Okay. Müssen wir das erst im nächsten Mal suchen. Wo ist denn der Slagerfeuer? Der Slagerfeuer ist da. Okay. Gut. Jetzt gehen wir noch schnell ins Menü. Wir werden uns eh schon ein bisschen bezogen. Maschinenausbeuterkiste. So. Okay. Notiz pro Sammlerobjekte. Was ist das? Corolla Springs. Okay. Das war das, was wir angeschaut haben. Wir haben das nicht gelesen. Ja, doch. Das haben wir gelesen. Ja, das haben wir gelesen. Okay. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir speichern hier. Haben jetzt genug den Part überzogen. Und machen dann hier wieder weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. Ich hab Marketabbert. Sehr gerne. Ja, doch. immer noch kurz dahin an. Das war sehr. будет ausgeht. reproductive, eine solche Glockenzeule zu finden. Dass man verse Semmer PEIN ist es zum Beispiel ein bisschen schもう Naturs uncommon, oder das nicht organiziert ist. Und dann sind alle sehr aufgere� escolten.